Was für ein Rätsel, ey. Okay, aber ich glaube, ansonsten können wir hier an sich nichts mehr mitnehmen. Was haben wir denn da? Schlafftablette haben wir da bekommen. Ja, da können wir ja das da reintun, ne? Jo. Die Wache hat mich noch nicht gesehen. Achso, ja, hier ist Trink. Okay, großartig. Die Wache ist eingeschaffen. Nun kann ich in das Schiff... Kann ich das Schiff erkunden. Die Wache ist in einen tiefen Schlaf gefallen. Sehr schön. Hallo, Möwe. Da können wir noch nicht weiter, ne? Ein Funken spulender Draht versperrt den Weg. Und da fehlt uns noch Anweis. Ich muss den Rest der Anweisung finden, bevor ich den Strom abschalten kann. Jo. Okay. Aua. Ich traue mich nicht, meine bloße Hand hineinzustecken. Ja, würde ich auch nicht. Freiwillig machen. Ach du Scheiße. Ein Stück des Puzzles fehlt. Ich kann das Puzzle ohne das fehlende Stück nicht lösen. Ja, ist verständlich. Sonst gibt's hier nix. Nö. Hier funkelt auch nichts. Ah, hier sind wir, wenn wir es freigeschaltet. Okay. Zange, Dynamit, Edelstein, drei Patronen, Forch, Pistole, CD, Knoblauch, Seepferdchen, Krebs, Zahnrad und ein Schuh. Da haben wir, glaube ich, die Zange, jawohl. Da haben wir den Krebs. Da haben wir die Pistole. Da haben wir Knoblauch. Da haben wir eine Patrone. Da haben wir einen Edelstein. Da haben wir den Schuh. Da haben wir die CD. Da haben wir noch eine Patrone. Da haben wir das Dynamit. Da haben wir das Seepferdchen. Und jetzt fehlen noch ein paar Sachen. Eine Patrone, die da ist. Und noch ein Zahnrad. Tja, jetzt kann wer weiß, wo sein. Auf jeden Fall wieder sehr gut versteckt. Hier sind Handschellen, die brauche ich nicht. Sollten hier ein Zahnrad sein. Keine Ahnung. Oh, ich sehe das jetzt nicht. Ach, da. Lol. Ja, wenn das im Dunkeln ist. Kein Wunder. Okay, da haben wir eine Zange bekommen. Die können wir bestimmt hier beim Krebs einsetzen. Jawohl. Ah ja, da haben wir das fehlende Puzzleteil. Sehr schön. Dann können wir das nämlich hier auch direkt machen. Arrangiere die Stücke des Rätsels so, dass sie thematisch gruppiert sind. Und rotiere die Scheiben mit den Pfeiltasten. Aha, okay. Ach so. Okay, Moment mal. Moment mal, Moment mal. Ach Gott. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen knüppelig wieder. Also Katze, da vermute ich mal, kommt da der Hase hin. Dann geht da oben der Hund. Wie mache ich das jetzt? Moment mal. Moment, 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 Moment. Ne, Moment. Ich muss das anders machen. Das war schon gerade richtig, dass ich da den Hund... Moment. Ne, 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 ne. Moment, 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 Moment. Moment, wenn ich jetzt... Ne, das geht ja auch nicht scheiße. Puh, ist doch nicht so einfach, wie es aussieht. Ach, ne, das wird's... Jawohl, da haben wir alle Idole. Hey, kann ich hier noch was machen? Blö, ich glaub nicht. So. Stammesidol, Idol der Kraft, Idol der Weisheit, Idol von Pio Pio, Idol der Gerechtigkeit und Papierfetzen. Ja, da können wir ja jetzt hier das auch noch schnell machen. Schalte alle Schalter gemäß des Schemas auf der rechten Seite aus. Sollte dir ein Fehler unterlaufen, musst du von vorn beginnen. Ach, geil. Okay. Mal gucken, ob ich das jetzt richtig verstehe. Okay, das war hoffentlich richtig. Hm. Ich glaub, das sind die hier. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jo, perfekt. So, hier bei dem... ...könnten das die hier sein. Mal gucken, ob's stimmt. Jawohl, perfekt. Ah ja, hier ist ja auch der Hinweis, ich blöd, Mann. Hier, das sind die. Ah, komm. Fünf sind... ...die dann, okay. Perfekt. Und die letzten sind dann hier die blauen, die jetzt noch grün sind. Perfekt. Perfekt. Perfekt.